Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich begrüße euch zur neuen Filmshow mit dem, naja, alten Moderator. Also mit mir, Christian Engels, dem Filmfahrer der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich werde auch weiterhin aktuelle Kinofilme hier besprechen, aber wir haben auch weitere neue Online-Shows, wie die Filmshow-Family mit unserer neuen Kollegin Kira und den Filmshow-Talk, in dem ich mich mit Kira und André und wechselnden Experten darüber unterhalten werde, wie wir Filme und Serien schauen und was sie mit uns machen. Dabei bin und bleibe ich nicht nur Filmfan und Kenner, sondern eben auch, wie man unschwer sieht, Pfarrer. Der Filmfahrer eben. Hin und wieder wird es auch einen Podcast mit dem Titel Filmshow-Thema geben, in dem ich mehr auf die Geschichte des Films zu einem bestimmten Thema eingehe. Das könnt ihr dann hier auf YouTube oder Facebook sehen oder als Podcast auf Spotify, Apple, Google und Deezer hören. Unserer ersten Filmshow-Film, den ich euch heute vorstellen möchte, ist ausnahmsweise ein Dokumentarfilm. Und Dokumentarfilmen geht es ja durchaus so wie gut gemachten Spielfilmen. Sie stechen vor allem dann heraus, wenn sie uns berühren. Und der Film für Sama, der am 5. März in den deutschen Kinos startet, der berührt uns sehr, finde ich. Denn er erzählt eine Geschichte, die uns im Kino eigentlich immer packt. Und zwar die, wie Leben und Tod ganz nah beieinander sind. Mir fallen ja jetzt sofort Beispiele ein wie Castaway mit Tom Hanks oder 127 Hours mit James Franco oder der deutsche Film Das Experiment mit Moritz Bleibtreu, Funny Games mit Michael Haneke und so weiter. Für Sama jedoch hat deshalb so eine erzählerische Wucht, weil Leben und Tod nicht mitreißend inszeniert werden, sondern weil wir beides echt und ungeschönt gezeigt bekommen. Sein Film über das Leben und Sterben in Syrien. Dort herrscht ja, wie die meisten von euch wissen, seit vielen Jahren ein Bürgerkrieg mit katastrophalen Folgen. Nur mal so zur Info. Syrien liegt hier, zwischen Israel und Jordanien. Der Auslöser des Konflikts waren die friedlichen Proteste 2011 gegen das Regime des syrischen Machthabers Assad im Zuge des arabischen Frühlings, als Millionen von Menschen gegen die totalitären Systeme, in denen sie lebten, demonstrierten. Mittlerweile hat sich der Bürgerkrieg in Syrien zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt, zwischen dem schiitischen Iran auf der einen und dem sunnitischen Saudi-Arabien auf der anderen Seite, mit den Verbündeten Türkei und Katar. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wir stellen euch unten unter dem Video Links zu Schiiten und Sunniten ein. Auch Russland beteiligt sich mittlerweile an dem blütigen Konflikt, der Hunderttausende von Menschenleben gefordert hat und scheinbar nicht enden will. Und inmitten dieses Krieges, in der syrischen Hauptstadt Aleppo, lebte die Reporterin Wad Al-Kateab, die die Entwicklung des Konflikts für internationale Medien auf Film festhielt. Aus diesem Material ist nun, mit Hilfe eines englischen Dokumentarfilmers, für Sama entstanden. Und das Besondere daran ist, dass Sama der Name vom Kind von Wad Al-Kateab ist, das inmitten dieser Kriegswirren geboren wurde. Sama übrigens heißt Himmel. Und zwar, so erzählt es Al-Kateab, uns und ihrem Kind, für einen Himmel ohne Kampfflugzeuge, ohne Bomben, ohne Krieg. Also für eine Hoffnung. Der Film beginnt zunächst mit der Geburt eines Traums, und zwar des Traums nach Freiheit. Wir sehen junge, hoffnungsvolle Demonstranten, die an diese Freiheit glauben und dafür auf die Straße gehen. Doch schon bald ändern sich die Aufnahmen. Und wir müssen miterleben, wie der friedliche Aufstand brutal niedergeschlagen wird. Das Besondere an Sama, der Film also für das Kind, ist, dass er uns fast beiläufig vom normalen Leben in Zuständen erzählt, die für uns vollkommen unnormal sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel die kindische Freude am Spiel mit dem frisch gefallenen Schnee. Al-Kateab filmt, wie Kinder ihren toten Bruder ins Krankenhaus bringen. Sie filmt, wenn eine Mutter nichts mehr zu essen hat für die Familie, außer Reis voller Insekten. Sie filmt aber auch ihre eigene Hochzeit mitten im Bürgerkrieg. Und sie filmt etwas, das ich nie, niemals vergessen werde. Nach einem Bombenangriff wird eine schwer verletzte, hochschwangere Frau ins Krankenhaus gebracht. Und es wird ein Kaiserschnitt durchgeführt. Und die Ärzte versuchen minutenlang, das leblose Neugeborene wieder ins Leben zu bringen. Und dann fängt es wirklich, man glaubt es schon gar nicht mehr, es fängt wirklich an zu atmen. Und ich habe, letzten Endes habe ich vor Glück geweint, weil es inmitten dieser ganzen Zerstörung auch ein Zeichen ist für Hoffnung. Al-Kateab heißt nicht wirklich so. Sie benutzt den Namen, um ihre Familie zu schützen und lebt jetzt mit der Familie. Es gibt noch ein zweites Kind in London. Der Film, den sie hergestellt hat, war für den Oscar nominiert. Und er ist jetzt auch der evangelische Film des Monats. Er geht uns auch etwas an, denn er zeigt, wie sehr Europa immer wieder daran scheitert, in Bürgerkriegen wirklich zu helfen. Jetzt in Libyen sieht es ja ähnlich aus. Und für Sama zeigt uns, was die Menschen durchgemacht haben, die nach Europa kommen. Was sie verloren haben, wovon sie träumen. Nämlich von der Freiheit, die wir schon haben. Man denke nur mal dran, wie wir uns schon aufregen, wenn das WLAN mal ausfällt oder die Bahn verspätet ist. An vielen Stellen zeigt der Film auch die Bedeutung des Glaubens für die Menschen in Syrien, also des muslimischen Glaubens. An vielen Stellen beten die Menschen nur ganz kurz, Gott helfe uns oder Gottes Wille geschehe. Weil der Glaube für diese Menschen das Einzige ist, was ihnen Halt gibt, wenn ihre Häuser zerschossen werden und immer irgendwas irgendwo in die Luft fliegt. Der Glaube ist nichts Abstraktes, sondern etwas ganz Praktisches, das den Menschen in diesem Film dabei hilft zu überleben. Und etwas, das sie verbindet. Für Sama ist jetzt sicherlich nicht der perfekte Film für ein Date am Samstagabend mit Popcorn-Tüte und Riesen-Cola. Aber, wenn ihr euch mit einem ernsthaften, emotionalen Thema auseinandersetzen wollt, dann kann ich euch den Film nur empfehlen. Denn er wird niemanden unberührt lassen. Er wird wütend machen und verzweifelt, aber eben auch in Erinnerung rufen, dass wir alle die Welt nicht zynischen Machtpolitikern überlassen dürfen. Meine Frage heute an euch, guckt ihr Dokumentarfilme auch mal im Kino und wenn ja, was war der letzte, den ihr gesehen habt? Ich fand zum Beispiel letztes Jahr Sunset over Hollywood sehr schön. Wir hatten ihn auch hier in der Filmshow. Das war die Filmshow für heute. Ich bin Christian Engels, der Filmfahrer. Seht euch gerne auch die anderen Filmshows an und seit Dienstag online mein Podcast zum Thema, wie passend der Himmel im Film. Und wo ihr schon online seid, gerne Kanal abonnieren, nicht vergessen. Ich würde mich freuen. Und Cut.